Wir spielen jetzt Karos Karaoke mit Susi Wex und unserem Gast Calvin Jones. Es geht ganz einfach drum. Wir haben zwei Songs zusammen gemixt. Einmal die Melodie von Song 1 und der Text von Song 2 liegen übereinander. Und ihr bekommt nur einen Punkt, wenn ihr Melodie plus Text nennen könnt. Dann sofort buzzern, so hart wie ihr könnt, so schnell wie ihr könnt und dann shoot. Wo legen wir die Hände hin? Yeah, I'll tell you what I want, what I really, really want, so tell me what you want, what you really, really want. Okay, also ich glaube, die Melodie ist von Ed Sheeran. Und der Text ist von Spice Girls. So tell me what you want, what you really, what you want. Oder... Ist das Spice Girls? Du kriegst den Punkt mit einem kleinen Abzug, weil Ed Sheeran war perfekt. Perfekt, ja, ich weiß, das ist ein anderer Song. Es ist kein kleiner Abzug, das ist absolut falsch. Das ist ein 0,9er. Okay, okay, vielleicht falsch. Das ist der Calvin Jones Vorteil. Okay, vielleicht falsch. Sind wir bereit für zwei? Ja. Okay, alright, das war ein bisschen... Also der Song ist von der heißeste Mensch der Welt, sehr, sehr sexy Calvin Jones, der Text meine ich, Call Your Home. Und die Melodie war von auch einer sexy, sexy Mensch, Nico Santos Rooftop. Ich löse gar nicht mehr auf, also... Weil das war so selbstbewusst und richtig, was soll ich dazu sagen? Das ist arm. Von mir, von mir. Nein, das ist witzig, weil wir hatten zum Beispiel die beiden Ofenbach-Jungs auch da und die haben ihren eigenen Song nicht erkannt. Wirklich? Ja. Krass, aber die sind krass Produzenten. Dann kommt ja als nächstes wahrscheinlich ein Song von mir, da freue ich mich schon. Komm, einfach nur für die Ehre jetzt noch den dritten. So schnell? Ja, Rednecks Cut Night Joe und DJ Robin Schürze mit Laila. But I've been for Cut Night Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from, where did you go, where did you come from, Cut Night Joe? Ich habe auch nur Krach gehört. Very good, very good. I love you. Very good. Thank you, you were clearly better, but it's fine. Losing to Calvin Johnson. Oh, das war's? Oder 1,9 zu 1. Aber das war's? Ja, du hast gewonnen. Es gibt keinen mehr? Nein, du hast gewonnen. Willst du noch einen spielen, oder was? Ja, das war so kurz. Okay, lass uns einmal, das hier ist die Decision. Ja. Decision Round. Wow. Das hier, Final. Okay, so, das war Wonderwall. Du hörst eine Worte! Ja, aber Today. 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 Okay, das ist Wonderwall und das war... Um... Um... Ah, no! Backstreet Boys, I wanted to dance with. The song is called. Ah, no! And you was Backstreet Boys, but I didn't know the name. Heute, egal. Oder machen wir noch einen Entscheider. Noch einer. Einen Entscheider. Ja, die Texte hatte die Melodie. Okay. Okay. Einen Entscheider. Ich kenne den Text nicht. I Will Survive und Miley Cyrus, Flowers. Oh, Vicklish. Oh! Oh! Okay. Okay. I'm never coming back here again. Give me my almond. Nice to have you. Goodbye.